Kommen wir nun zu einem entscheidenden Evolutionsschritt in der Web-Technologie, Websocket. Websocket ist einerseits ein W3C-Standard, HTML5 API, andererseits ein Protokoll der IETF, ein Netzwerkprotokoll. Mit Websocket haben Webentwickler erstmals die Möglichkeit, im Web Echtzeitverhalten zu nutzen. Wie das möglich wurde? Man hat die Applikationsebene HTTP im OSI-Referenzmodell nur für einen Verbindungsaufbau genutzt und danach redet man auf dem Transportprotokoll, auf der Transportschicht TCP. Deshalb auch der Spruch TCP for the Web, wenn man von Websocket redet. Es ist das, was man in der Nachrichtenkommunikation einen Full-Duplex, also einen Kanal mit Gegensprecheigenschaften bezeichnet. Er ist bidirektional und asynchron oder der Fachbegriff Full-Duplex. Was lässt sich damit realisieren? Nun, wir sind jetzt in der Lage, mit Websockets Browser untereinander kommunizieren zu lassen. Also Browser 2 möchte mit Browser 1 auf einem anderen Gerät kommunizieren und der Vermittler wäre der Server. Und diese Kommunikation ist bidirektional. Also da weiter unten kann er über den Server auch auf den Browser 2 antworten. Oder der Browser kommuniziert mit dem Server bidirektional. Erstmals kann der Server ein Data Push, eine Anfrage an den Browser richten, was bisher auf HTTP-Ebene dem Request-Response-Paradigma gänzlich widersprochen hat. Wie wechselt man nun von HTTP to Websocket oder welche Vor- und Nachteile bringt das mit sich? Beginnen wir mit HTTP 1.1, was schon 1999 von beiden Organisationen W3C und IETF spezifiziert wurde. Sie erinnern sich, wir haben ausgiebig in Web Engineering 1 darüber gesprochen. Es basiert auf der Transportschicht TCP over IP und das grundlegende Paradigma der Kommunikation ist, einer fragt und der andere antwortet. Die Kommunikation ist also eine Einbahnstraße und sowas nennt man Half-Duplex. Aber Ingenieure, Webingenieure sind erfindungsreich und sie versuchen auf dem HTTP-Protokoll Echtzeitkommunikation zu emulieren, indem sie mit Techniken, mit Hacks arbeiten, die da heißen Pauling, Long-Pawing, Synonym Hanging-Get oder Streaming, auf die ich gleich zu sprechen komme. Das Websocket-Protokoll ist allein von der IETF-Gruppe spezifiziert, 2011. Basiert auch auf der vierten Schicht, auf der Transportschicht im OSI-Referenzmodell TCP over IP. Ist also framebasiert und erlaubt erstmalig, dass der Server den Browser anstößt, anfragt und die Daten übermittelt. Wir haben also eine zweikanalige Kommunikation, Full-Duplex. Das heißt asynchron, also nicht dieses Walkie-Talkie-Verhalten, wo der Empfänger einer Nachricht abwarten muss, bis ein Roger-and-Over-Signal, ein Endesignal des Senders zu hören ist und darf dann sprechen, indem die Leitung dann für ihn freigeschaltet worden ist. Also kein Walkie-Talkie, Zweikanal, Voll-Duplex, Gegensprechverhalten. Damit kann man natives Echtzeitverhalten realisieren, ohne den Overhead durch HTTP-Request-and-Response-Header-Parameter und Werte mitzuschleppen. Wie angedeutet, möchte ich die drei Hacks hier nochmal vorstellen, die bisher ohne Web-Socket auf HTTP, auf der Anwendungsschicht, in zahlreichen Anwendungen genutzt wird. Gehen wir auf ein triviales Verfahren ein, Pauling. Der Browser setzt in regelmäßigen Abständen, intervallmäßig, Anfragen an den Server ab und der antwortet, je nachdem, ob Ereignisse vorliegen oder nicht. Liegt kein Ereignis vor, ist das eine Leerfahrt, das heißt, diese Antwort hat keine Payload und liegt ein Ereignis vor und der HTTP-Request trifft ein, dann wird dieses Ereignis dem Browser übergeben. Sie sehen, das bindet Ressourcen. Hier wird dauernd Verbindungen initiiert, gehalten, wieder geschlossen und ich sprach in einem Video vorher schon, diesen Ansatz haben wir mit Ars Nova in einer ersten Stunde der Entwicklung auch so verfolgt, aber sind schnell davon abgekommen, weil das die Ressourcen zu sehr belastet. Zwei andere Techniken oder eine Technik unterschiedlich implementiert ist das Long-Poling. Für Browser, die AJAX nicht verstehen, Long-Poling with Hidden I-Frames, das heißt, hier wird eine GET-Anfrage gestartet, ein I-Frame-Segment übergeben. In das I-Frame werden JavaScript-Snippets eingebaut, wenn ein Ereignis vorliegt, sehen hier, übergeben wird JavaScript. Ein Browser wird bei vorliegenden Script-Tags diese abarbeiten. Wenn das passiert ist, erfolgt wieder eine GET-Anfrage an den Server, Übergabe I-Frame. Das I-Frame wird verzögert gefüllt bis zu dem Moment, wo ein Ereignis eingetroffen ist und dieses dann in JavaScript-Form mit dem I-Frame an den Browser zurückgegeben wird. Ja, das ist im Prinzip ein Hanging-GET. Es wird so lange verzögert, die Antwort, bis ein Ereignis vorliegt und dann muss wieder eine neue Verbindung aufgebaut werden und die so lange offen gehalten werden, bis das Ereignis kommt. Natürlich hat man hier auch Timeouts eingeführt, um die Verbindungskapazität eines Servers nicht übermaßend zu strapazieren. IAX-fähige Browser nutzen das XML-HTTP-Request-Objekt und das Rückgabe-DASEN wird dann mit einem Event gefüllt, wenn es eintrifft und Sie sehen auch hier die Verzögerung, immer Ereignis gesteuert, wird der IAX-Call beantwortet. Das Web-Socket-Protokoll in der Übersicht. Wir haben nur einen initialen Handshake, das ist diese orange Linie, eine ganz normale GET-Anfrage an eine Ressource, Chat in diesem Fall, das 1.1-HTTP-Protokoll wird verwendet, zwei neue Header-Parameter, Upgrade mit dem Wert Web-Socket und Connection mit dem Wert Upgrade werden übergeben, ein kleinseitig zufällig generierter Schlüssel zur Erkennung wird mit übergeben und falls ein Anwendungsprotokoll, ein Sub-Protokoll für Web-Socket verfügbar ist, serverseitig, Chat, Super-Chat, Soap oder Ähnlichem, dann kann man das hier auch nochmal spezifizieren, aber man sollte immer die Versionsnummer von Web-Socket mit übergeben, weil die durchaus nicht kompatibel sind. Wenn der Server diese Anfrage erhält, schaltet er sofort eine TCP-Verbindung und gibt zurück, dass er in der Lage ist, indem er sagt, 1.0.1-Switching-Protokolls, die Anfrage umzusetzen. Er antwortet genauso, wie die Anfrage war, Upgrade Web-Socket-Connection-Upgrade erzeugt einen eindeutigen Schlüssel durch Verknüpfung des kleinseitigen Schlüssels mit einem globalen eindeutigen Wert, Global-Unique-Identifier, erzeugt einen SHA-1-Hash daraus, enkodiertes 64-Bit und übergibt es und sagt auch noch, welches der vorgeschlagenen oder gewünschten Unterprotokolle der Server versteht. Danach erfolgt allein auf Frame-Ebene, also framebasiert der Nachrichtenaustausch. Wir haben hier im Prinzip eine reine Payload, die hin und her geht. Das hat ein Chefentwickler bei Google zu diesem Zitat motiviert. Er sagt, was sagt er denn, dass die Reduktion von Kilobytes auf Bytes immer in drei Größenordnungen und die Latenzzeit reduziert von 150 Millisekunden auf 50 Millisekunden, das wäre gerade mal weniger als eine Größenordnung, sich rechnet, wenn man hochinteraktive, kollaborative Anwendungen, wo Google für bekannt ist, Google Mail, Google Map und dergleichen, umsetzen möchte. Im Web gibt es eine Seite, websocket.org, die das WS-Protokoll, also es gibt für das WebSocket-Protokoll spezifische URI-Schimmata, nämlich WS oder über TLS, also eine Security-Transport-Schicht, WSS kann man im Netz diesen WebSocket-Server direkt ansprechen. Derzeit unterstützt nur Google Chrome mit seinen Entwicklungstools eine Analyseoption für das WebSocket-Protokoll, was wir uns auch gleich nochmal anschauen werden. Also hier die Seite, echo-websocket.org und als erstes werden Sie hier begrüßt mit der Nachricht, ob Ihr Browser überhaupt WebSockets versteht. Heute können Sie davon ausgehen, dass alle modernen Browser das können. Sie sehen hier weiter unten, habe ich in Google Chrome DevTools das Ganze protokolliert und Sie sehen den Handshake, die Quittung für das Handshake 101 Switching Protocols. Hier ist es anders benannt. Sie können im Firefox in der ArsNova-Applikation das auch verfolgen. Beim initialen Aufruf von ArsNova wird schon eine WebSocket-Verbindung angefragt. Und Sie sehen hier, dass der Server tatsächlich mit dem entsprechenden Response-Code und der entsprechenden Browser Switching Protocols antwortet. Und hier der Ausschnitt aus dem Anfrage-Header mit den entscheidenden Header-Parametern Upgrade und den eindeutigen Schlüssel, den wir schon kennen, die Versionsnummer.